Jetzt wird hier mal Frühstück. Ich war die einzigste, die immer Quellen gesammelt hat. Lollomaus. Ich hab die eingesammelt. Verkauft. Alle wollten immer die scheiß Quellen haben. Wir haben in der Schule ein Schulhaus. Nein, ich hatte wieder da. Ich hab jetzt eine Ecke nicht wissen. Ich hab wohl ein altes Geil noch gefunden. Magen und Schlafnetze. Ja. Komm her dann.